Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Volkert Ude. Ich bin eingeladen worden von der Heidelberg Music Conference, einige Gedanken zu teilen zum Thema Strategien der Nähe und über meine Arbeit, die ich selber als Konzertdesign bezeichne. Um Ihnen zu vermitteln, worum es mir dabei geht, möchte ich gerne in meine Anfangszeit zurückgehen. Ich komme aus einer Stadt an der Nordsee, wo ich schon sehr früh angefangen habe, mit Freunden eine Konzertreihe für alte Musik zu veranstalten, in einer wunderschönen alten Kirche. Diese Kirche steht auf einem kleinen künstlichen Hügel, an der Nordsee nennen wir das Wurt oder Warft. Der Pastor stellt uns seine Kirche zur Verfügung, meine Mutter verkaufte Eintrittskarten, mein Vater klingelte um Spenden und wir haben Musik gespielt aus dem 17. Jahrhundert. Und an manchen Novembertagen, wenn der Sturm an der Nordsee um die Kirche brauste, knarrte das Gebälk, die Kerzen wurden angezündet in den wunderschönen Messing-Kerzenleuchtern und irgendwie passte alles zusammen. Und ich habe dann sehr lange gesucht, um so eine Konzertatmosphäre wiederzufinden. Und mir ist erst sehr viel später klar geworden, was diese Konzert-Erfahrung eigentlich für meine persönliche und berufliche Entwicklung für eine große Rolle gespielt hat. Sehr viel später bin ich dann als Manager der Akademie für alte Musik Berlin rund um den Globus gereist, zehn Jahre lang an die unterschiedlichsten Konzertorte der Welt. Ich habe ja viel Publikum gesehen, viele Konzerte gehört und habe mich irgendwann gefragt, warum ist eigentlich jedes Konzert irgendwie anders, auch wenn zehnmal das gleiche Programm gespielt wird. Ich erlebe jedes Konzert anders. Und ich habe angefangen, mir die Frage zu stellen, woran könnte das eigentlich liegen? 2006 habe ich dann gemeinsam mit Jochen Sandig in Berlin das Radialsystem gegründet. Der Impuls war eine gemeinsame künstlerische Erfahrung zwischen alter Musik und zeitgenössischem Tanz. Und seitdem wir in diesem Haus waren, in dieser wunderschönen Halle, hatte ich zum ersten Mal die Möglichkeit zu experimentieren mit Licht, mit Settings und mich auf die Suche zu begeben, was eigentlich ein Konzerterlebnis ausmacht. Wir haben angefangen, den Raum unterschiedlich zu nutzen, mit Licht zu experimentieren. Wir haben Liegekonzerte veranstaltet und wurden sehr bestärkt, denn plötzlich tauchten Menschen auf, die uns sagten, wegen euch, wegen eurer Arbeit, haben wir wieder Lust, klassische Musik zu hören. Durch die Aufwuchungsgeschichte und unseren praktischen Experimenten wurde mir dann irgendwann klar, dass die Konzertform, die wir kennen und leben, einfach nur einen historischen Zustand darstellt, der damals in seiner Erstellung total logisch war, aber vielleicht doch mit unserer heutigen Lebenswelt nicht mehr ganz so viel zu tun hat. Wir denken heute ganz anders über Hierarchien, über Kunstformen, über Demokratie, Partizipation oder auch Diversität. Und das heißt, wir müssen eigentlich neue Formen finden, denn die Form folgt der Funktion, Form for the Function. Und damit war damals die Idee des Begriffs von Konzertdesign geboren als Beschreibung für einen neuen Ansatz für die Entwicklung von Konzertformaten. Je mehr wir damals experimentierten, umso vielfältiger wuchsen die Erfahrungen über Wirkungszusammenhänge, denn ein Stück Musik ist eben nicht einfach nur ein Stück Musik, sondern seine Wirkung hängt im Konzert von fast unendlich vielen Parametern ab, die alle miteinander interagieren. Und mein persönlicher Schlüssel war eigentlich ein Perspektivwechsel, nicht von sich auszugehen, von einem Werk auszugehen, von einer Künstlerin, einem Künstler auszugehen, sondern die Perspektive des Zuhörenden einzunehmen. Wie gehen wir selber ins Konzert? Was beeinflusst unser Erleben? Und so bin ich dazu gekommen, dass das Konzerterlebnis so etwas ist wie ein schlagendes Herz. Denn hier entscheidet sich, ob man sich langweilt oder zu Tränen berührt wird. Und das kann sehr viele Gründe haben. Manche können wir selber beeinflussen als KünstlerInnen, als ProduzentInnen und andere überwältigen uns. Der Konzert ist ein lebendiger Organismus, der von vielen Faktoren abhängt. Angefangen mit der Uhrzeit, mit der Jahreszeit der Veranstaltung. Dann wieder aus der Sicht des Publikums die individuelle Gestimmtheit, auf die wir überhaupt keinen Einfluss haben. Wir wissen nicht, was unsere Gäste am Tag erlebt haben oder in der Woche oder in einem Jahr vor der Veranstaltung. Sie kommen mit Erwartungen, auch die können wir eigentlich nicht kennen. Sie werden von uns empfangen. Es gibt vielleicht eine Foyersituation, ein schönes Erlebnis beim Ankommen oder eben auch nicht. Dann betreten Sie einen Raum, eine Architektur, die völlig unterschiedlich wirken kann, je nachdem, in welchem Licht sie gestaltet ist. Es ist ein Riesenunterschied, ob man einen Raum betritt mit Arbeitslicht, mit Neonröhren von der Decke oder ob der Raum durch Licht gestaltet ist. Das Setting spielt eine große Rolle. Schauen wir von unten aus der Parkettperspektive sozusagen nach oben auf eine erhöhte Bühne oder schauen wir von einer Tribüne herunter auf die Bühne? Oder sitzen wir vielleicht sogar selber auf der Bühne in unmittelbarer Nähe der MusikerInnen? Die Musik spielt natürlich eine große Rolle, völlig klar. Aber vielleicht hören wir die Musik ja auch nicht im Original, sondern in einer Bearbeitung, in einer völlig anderen Besetzung. Wir hören völlig unterschiedliche Interpretationen des gleichen Stückes. Aber auch da, wir wissen wieder nicht, mit welchem Vorwissen das Publikum zu uns kommt. Kennen die die Stücke, die wir da spielen? Kennen sie diese Bearbeitung? Kennen sie die KünstlerInnen? Wissen wir alles nicht. Die Dramaturgie können wir selber beeinflussen. Die Reihenfolge, wie läuft dieser Abend ab? Welche Stücke werden hintereinander gespielt? Und in welchen Kontext stellen wir sie? Weil Kontext kann sehr unterschiedlich bedeuten. Das kann ein Text sein, das kann ein Interview sein auf der Bühne. Das kann einfach nur ein einziges Bild sein, eine Fotografie, die wir projizieren. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Es gibt so etwas wie Performance. Das heißt, dass es einen Riesenunterschied macht, ob zwei Musiker nebeneinander stehen und von einem Notenständer ein Geigenduet spielen oder ob sie im vier Meter Abstand mit zwei Notenständer sich gegenüberstehen. Sofort hören wir die Musik anders, weil die beiden Stimmen räumlich getrennt sind. Man hat fast den Eindruck, ein Dialog entsteht und vielleicht wird sogar fast eine nonverbale Geschichte erzählt. Partizipation. Laden wir unser Publikum ein, irgendetwas zu beeinflussen. Können sie irgendwie mitmachen an irgendeiner Stelle. Können sie den Verlauf des Abends beeinflussen. Daraus oder nicht daraus könnte etwas entstehen wie ein Zugehörigkeitsgefühl. Das kennen wir alle, wenn wir auf einer Veranstaltung sind und uns umschauen und denken so, ich bin glaube ich nicht gemeint, ich bin hier am falschen Ort. Ich bin nicht die Zielgruppe. Ich habe eigentlich gar nichts damit zu tun. Und ganz wichtig, am Ende des Abends braucht es einen Ausklang. Der Gang in die Tiefgarage ist sicherlich nicht der geeignete Ausgang, sondern ideal ist natürlich, wenn man Zeit hat, das Konzert nachklingen zu lassen. Wenn man in den Austausch gehen kann, mit Musikerinnen vielleicht. Man tauscht sich aus mit anderen Gästen. Man hat Zeit, das wieder ausklingen zu lassen. Das ist wie mit einer Seite auf einem Streichinstrument. Die fängt auch nicht sofort an zu schwingen, sondern vor dem Konzert fängt es ganz langsam an. Dann gehen diese Schwingungen los und am Ende, wenn die Töne verklingen, schwingt die Seite immer noch langsam nach. Und wenn man das abschneidet, fehlt etwas Entscheidendes. Der entscheidende Faktor ist aber so etwas wie persönliche Resonanz. Was bewegt uns? Was geht uns nah und warum? Und das ist natürlich nicht steuerbar, sondern ganz höchst individuell. Deswegen versuche ich in meinen Projekten, möglichst offene Angebote zu schaffen, die zur Assoziation einladen und keine Interpretation eines Stückes vorzuschreiben. Gemeinsam mit meinem österreichischen Kollegen Hans-Joachim Gögel haben wir drei wesentliche Ansätze für Resonanzfaktoren oder für Nähe ermittelt. Dabei geht es immer um das Verhältnis des individuellen Besuchers und des jeweiligen dramaturgischen Ansatzes. Den ersten großen Bereich könnte man vielleicht als Außen beschreiben. Also da geht es um das Verhältnis zwischen wir, also der Gruppe, und ich, der Besucher. Da geht es darum, an lokale, aktuelle Diskurse anzuknüpfen. Da geht es um so etwas wie Gruppenidentität, um Rekollektivierung von Erfahrungen, um die Raumnutzung und vielleicht auch so etwas wie Selbstwirksamkeit in der Gemeinschaft zu erfahren. Der zweite große Bereich ist genau umgekehrt, nämlich die Frage von Ich und der Gemeinschaft, Ich und Wir. Da geht es um Sinnfragen, da geht es vielleicht um Rituale, um so etwas wie Persönlichkeitsentwicklung, individuelle Erfahrungen und vielleicht auch so etwas wie Spiritualität. Und der dritte Bereich, den nennen wir Welt. Also Ich, Ich, der Besucher, die Besucherin und die Lebenswelt. Da geht es darum, zeitgemäße künstlerische Ausdrucksformen zu finden, Formate, neue Ästhetiken, Enthierarchisierung, Demokratisierung, Diversifizierung. Einfach das Gefühl zu haben, wirklich in der Gegenwart zu sein. Wir haben uns sehr gefreut, als im letzten Jahr der Kulturwissenschaftler Prof. Dr. Martin Tröntle eine wirklich interessante Studie zu den sogenannten Nichtbesuchern vorgelegt hat. Also Nichtbesucher, Menschen, die ausdrücklich keine Kulturnutzer sind. Und er schlägt im Ergebnis dieser Studie ein neues Dispositiv vor, und zwar den Begriff der Nähe. Und sagt, dass sich dieser Begriff eigentlich durch alle Bereiche des Kulturbetriebes durchdeklinieren lässt. Das hat uns natürlich sehr gefreut und bestärkt in unserer Arbeit. Und die zusätzliche gute Nachricht in seiner Studie ist, dass das Potenzial für neue BesucherInnen deutlich größer ist, als wir alle denken. Zum Abschluss ein kurzes Beispiel aus unserer Arbeit bei den Montforter Zwischentönen in Feldkirch in Vorarlberg. Dort haben wir im letzten Jahr als Höhepunkt einer Reihe zum Thema Widerstand oder Widerstehen eine Matthäus Passion in einen völlig neuen Rahmen gestellt. Die Matthäus Passion eignet sich hervorragend, weil darin zutiefst menschliche Themen behandelt werden. Zum einen das Thema der Zivilcourage. In der Matthäus Passion oder überhaupt in den Passionen kommt natürlich die Masse vor. Die Masse, die ruft kreuzig den, kreuzig den. Wir wollen, dass er umgebracht wird. Und für uns stellt sich die Frage als Individuum, hätten wir den Mut gehabt oder haben wir den Mut, in einer solchen aufgebrachten Situation die Hand zu nehmen und zu sagen, Moment, halt, stopp, ihr liegt vielleicht falsch. Der ist gar nicht schuldig. Und deswegen haben wir die Aufführung begonnen mit einer Videoinstallation im Vorier, einer Art Schleuse, wo Mitwirkende ihre persönlichen Erfahrungen von Zivilcourage oder meistens natürlich dem Scheitern von Zivilcourage geteilt haben. Alltägliche Situationen. Das zweite große Thema der Passion ist unsere aller Angst davor, zurückzubleiben, alleine zu sein im Angesicht des Todes. Vater, warum hast du mich verlassen? Und diese beiden großen Themen, unser tägliches Scheitern bei Zivilcourage und diese tiefsitzende Angst des Verlassenwerdens sind natürlich erlebbar, auch völlig ohne religiösen Hintergrund. Wir haben im zweiten Teil den Dirigenten gebeten, einen Choral zu wiederholen, der unser aller Angst spiegelt. Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir. Er hat sich einfach umgedreht, den Choral nochmal gespielt und wir wussten nicht, was passiert. Aber alle haben mitgesungen. Wenn ich den Tod soll leiden, so tritt du den Perfütt. Wenn wir an alle Lächsten, ihr Runders Herzen sein, so reiß dich aus den Fenster, Kraft deiner Art. Dieses Konzert vergisst niemand, der dabei gewesen ist. Und genau solche Erfahrungen brauchen wir, denn wenn so etwas gelingt, dann hält niemand mehr Konzerte für wohlfreile Unterhaltung. Wir brauchen mehr Nähe, mehr Alltag, mehr Auseinandersetzung und völlig andere Haltungen. Wir brauchen keine elitären Tempel der Kunst und keine Macht-Eitelkeiten. Das 19. Jahrhundert ist schon länger vorbei. Vielen Dank. Das 19. Jahrhundert ist schon länger vorbei. Das 19. Jahrhundert ist schon länger vorbei. Das 19. Jahrhundert ist schon länger vorbei.